Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf MaximTV. Hier ist der Intro und Admin Video. So Leute, ich muss euch was sagen. Vielleicht kennt ihr Discord und ich habe einen Server und bei mir ist es so, dass ich gerade Meldung habe, dass ich auf Discord nicht reinkomme. Und nicht auf den Server. Also ja, irgendwelche Probleme sind da gerade, auch seit gestern und so. Und jo, ich habe jetzt eine Gruppe gemacht auf WhatsApp. Ihr könnt da reinkommen, schreiben und so. Und jo, ich will euch nur Bescheid sagen, wenn jemand denkt, oh MaximTV antwortet nett. Das heißt nur, ich habe gerade Probleme mit Discord und so. Und ja, also Discord finde ich eigentlich sehr gut zum Schreiben, Telefonieren und so. Aber zur Zeit ist irgendwie Probleme und so. Und ja, vielleicht habt ihr das auch. Also die, die hier mich abonniert haben und so. Unterstützt mich weiter und jo, peace out. Oder geht nur, ich will euch vielleicht mit! Hallo, Leute, willkommen sonst подirsiniz! Ich hoffe, ich bin Summit. Freunde, ich glaube hier, ich bin mir und ich hoffe, es passt in die???? Bis zum nächsten Mal.